Die Spiering Gartencenter in Oberhausen und Wesel laden Sie zu einem Einkaufserlebnis der besonderen Art ein. Zugehörig zum Belantris-Verbund der 50 größten deutschen Gartencenter, überzeugt Spiering mit einem hochwertigen Angebot an Zimmer, Beet und Balkon sowie Baumschulpflanzen. Im größten, ganzjährig geöffneten Möbel- und Grillmarkt der Region finden Sie in Wesel mit Klassikern oder trendig ausgefallenen Neuheiten eine Vielfalt, die überzeugt. Qualifiziertes Personal berät Sie kompetent und bietet Ihnen zahlreiche Serviceleistungen. Belantris-Spiering – mein Gartencenter